Tatsächlich gibt es noch eine andere Möglichkeit als Sonne meiden oder Schatten parken, um sich vor schädlichen UV-Strahlen zu schützen. Dieses Zelt hier soll schädliche Wellenlängen abhalten und dabei gleichzeitig die Strahlen durchlassen, die unsere Haut bräunen und dabei helfen, Vitamin D zu bilden. Wie das funktioniert, sehen Sie jetzt. Man muss es wirklich so sagen, man hüpft von Schatten zu Schatten. Wenn andere strahlende Sonne genießen, sucht Deborah Meyer das geschützte Dunkel. Denn die 34-Jährige leidet unter einer Sonnenallergie. Trotz Cremes mit hohem Sonnenschutzfaktor lebt sie mit Einschränkungen. Gerade bei Unternehmungen im Sommer mit Familie oder mit Freunden. Es ist auch sehr unangenehm fürs Umfeld, weil man natürlich doch sagen muss, ich kann jetzt nicht, ich kann nicht in die Sonne. Mir ist es lieber, ich bleibe zu Hause. Oder wir versuchen einfach erstmal drin zu bleiben, bis die Mittagssonne einfach vorüber ist. Sie meidet die Hitze, sucht Schattenblätze, trägt lange Kleidung. So kann sie ihre Allergie einigermaßen im Zaum halten. Bis sie über einen Bekannten von einer ganz neuen Sonnenschutzmethode erfährt, einem speziellen Zelt. Die gespannte Folie soll die schädlichen UV-Strahlen filtern und die nützlichen durchlassen. Musik Anfangs ist sie zwar noch skeptisch, dann probiert sie es aber aus und ist positiv überrascht. Es war dann wirklich so, dass es sehr, sehr heiß war. Ich ging unter diese Sonneninsel und es war angenehm kühl. Also es war nicht so der krasse Unterschied, dass man sagt von heiß auf ganz kalt, sondern einfach, es war angenehm, es war Wohltun, dass man einfach gemerkt hat, man hält es da besser aus, man hat einfach einen Schutz. Das erste unbekümmerte Sonnenbad, dank Filterfolie. Der Erfinder des Ganzen ist Klaus Lang aus Empfing, Ingenieur, Tüftler, Tausendsasser. Bei einer Dubai-Reise kommt ihm 2001 die Idee. Er will einen Filter erfinden, mit dem man sich sorglos in die Sonne legen kann. 15 Jahre später ist sie mit dem Heliotent Wirklichkeit geworden. Das Prinzip klingt einfach. Also eine schützende Hülle über den Menschen. Die guten Strahlen sollen durchgehen und die schädlichen Strahlen sollen von der Folie absorbiert werden, sodass diese auf die Haut gar nicht auftreffen. Der Weg dahin ist aber durchaus schwierig. Lang holt Patente ein, verhandelt mit Folienherstellern, tauscht sich mit Hautärzten der Unikliniken Graz und Tübingen aus, arbeitet mit Forschern von der Hochschule Albstadt-Sigmaringen zusammen. Also es ist sehr komplex, also da haben wir auch viele der Professoren gesagt, Mensch ist verrückt. Es war auch zum Beispiel ein Professor der Bio-Photonik dabei, weil die menschlichen Zellen kommunizieren ja mit Licht, können Licht absorbieren, Licht aufnehmen, Licht wieder abgeben. Also eine sehr komplexe Sache, die mussten wir da integrieren und hier hatten wir das gesamt komplexe System, Natur, Polymere, Technologie zusammenfügen müssen, auch die einzelnen Technologien der Unternehmen und da war ich immer die Schnittstelle. Das Ergebnis ist eine unscheinbare Folie mit spektakulärer Wirkung. Sie filtert im Nanometerbereich genau die schädlichen UV-Anteile ab und lässt gleichzeitig die nützlichen durch. Der Effekt gesunde Bräune ohne die Gefahr von Sonnenbrand, Aufnahme von Vitamin D und ein kühlender Schatten. Das kostet knapp 250 Euro pro Zelt. Die Schutzwirkungen sind erwiesen und bestätigt. Aktuell sind Studien in Planung, die auch medizinisch-therapeutische Effekte untersuchen sollen. Initiativen wie die Deutsche Haut- und Allergiehilfe e.V. empfehlen das Produkt bereits. Auch die Hautärztin Katharina Wobleska ist von der Erfindung angetan. Ich bin kein Physiker, ich bin Ärztin, aber wenn das wirklich so funktioniert, dann ist das sicherlich eine Revolution. Meiner Meinung nach ist das auch genial, weil man hat wirklich den ganzen Tag den Sonnenschutz. Für Deborah Meyer ist das Sonnenzelt nicht nur eine geniale Erfindung, sondern fast schon eine Befreiung. Jetzt kann ich einfach sagen, wenn ich ein Buch lesen möchte oder wenn ich mit den Kindern im Garten bin am Pool oder wenn ich ins Freibad gehe, ich nehme diese Sonneninsel mit und weiß, ich habe keine Probleme mehr mit der Sonnenallergie. Sorglos die Sonne genießen, trotz Allergie. Für die dreifache Mutter ein ganz neues Erlebnis. Liebe Zuschauer, bräuen ohne Risiko und dabei trotzdem Vitamin D aufnehmen. Ich bin mir sicher, wir werden auch in Zukunft noch einiges von dieser Innovation hier hören. Ich bin mir sicher, mit der Sitzung. Untertitelung des ZDF für funk, 2017